Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Ach, Müll. So, jetzt. Bisschen Stein. Tut's immer gut. Ey, Mann. Weißstufe zu wenig, Anna. Ist doch nicht die Möglichkeit. Wollte mir noch eigentlich was ganz anderes machen. So. Damit geht's schneller. Bisschen Stein. Boah, ich habe alles noch nachher um. Nudem. So. 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 Und jetzt passt alles. Kann es weitergehen. So. 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 Denken, Tim, ist echt so eine schwere Sache, doch. Ja, ich verstehe nicht, wie kann man das? Also denken, das ist so schwer. Boah, hört sich schon. Berggebäude, Alter. Ich frage mich, ob das wir auf unseren alten Server enden würden, wo wir ganz viel Scheiße haben. Wofür? Sollen wir hier alles wegmachen? Ist ein Scheiße. Moment mal, nein, das kann da bleiben. Ja, Leute, ich muss da mal auf, ne? Jo. Warte, ich stelle noch mal kurz ein Bett da rein. Doch. Herr Bobby, was willst du denn? Bobby, rede doch endlich mal, Alter. Update-Mate und so. Datey-Matey? Jo. Date mit einer geilen Mate? Jo. Gott, Tim, zeig mal dein Haus. Was ist das? Ist das deine Mine? Ja, weil ich Trottl keinen Platz mehr für die Mine hatte. Ich stehe hier in den Geburt. Ey, ist dein Haus fertig? Teilweise. Meiner ist auch so teilweise fertig. Na ja, haut da rein, ne? Jonas, ich guck mir jetzt noch dein Haus an, ne? Ich geh da einfach mal kurz rein. Ist nur ein Weg, passt nix drin. Oh, Alter, wie viel da drin ist, das ist ja mal was. Bobby, was brauchst du denn? Gut, ciao, ne? Ciao. Hey, wolltest du nicht gerade noch Glowstone? Das hat er wieder verworfen. Kennst den doch. Bobby? Kein Bock mit dir zu reden. Bobby, wie viel bra... Bobby, jetzt rede. Ich tu mir deine Kiste fünf. Bobby will nicht reden. Okay, sieben. Fast sieben. Das brauch ich noch selber. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Soll ich hier noch Boden reinmachen? Ne, ist die Mine. Das macht einen voll fertig, Alter, dass der nicht redet, Alter. Hey, Youngboy ist jetzt weg. Ja. Ja, Bobby, leck mich selb... Leck dich selbst, Alter. Ach. Ja, Youngboy ist jetzt weg, kleine Schachtel. Was? Da musst du sein Date-Mate. Das kannst du mir jetzt wie Scheiße bauen. Sein Zeuglaut. Ähm. So, ich mach jetzt hier mein Host ganz fertig, Alter. Komplett. Komplett. Ich brauche noch ein paar Jahre für mein Haus, glaube ich. Oder ich probiere es und nicht gleich, wo ich noch immer den Rest von meinen Sachen erst mal... Ach, was labere ich. Das ist Minecraft. Man wird mit seinem Haus nie fertig. Man bot immer noch irgendwas dazu. Kennt er doch bestimmt. Also, ich mach. So. 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 So.